Okay, dann noch einmal herzlich willkommen heute Morgen für diesen Speech, wo ich euch erzählen werde, wie ich selber ein agiles Vorhaben an mir selber umgesetzt habe und wie mir das so ergangen ist. Zu den Zielen oder zur Agenda, die wir heute haben. Ich möchte mich kurz vorstellen, damit ihr auch wisst, wer ich überhaupt bin. Dann mein sogenanntes Leben 1.0, mein altes Leben, wie alles begann. Da ist auch der Magic Moment, wo ich selber begann, mich als agiles Vorhaben zu deklarieren und mein Leben neu designt habe. Dann das Leben 2.0, das Produkt, welches ich heute bin. Dank Corona und anderen Dingen nähern wir uns wahrscheinlich schon dem Leben 2.5. Es gab sehr viele Aha-Lebnisse dabei und der Outcome für meine heutige Arbeit, sei es als Scrum Master oder auch als Coach, ist auch sehr wichtig, weil es ist dabei eigentlich ein eigenes Produkt entstanden. Die Absicht oder das Ziel des heutigen Speeches ist neben einer Technik-Promiere auch bei euch selber vielleicht gewisse Aha-Lebnisse auszulösen, wie es dann auch bei euch gehen könnte, wie es euren Team geht, wie es euren Team geht und für eure tägliche Arbeit, sei es mit Coaching-Kunden, sei es mit Teams in eurem Alltag oder auch in der Arbeit mit euch selber, den ein oder anderen Gedankenanstoß zu geben. Das wäre so das Ziel der nächsten gut 40 Minuten. Wichtig, ihr dürft jederzeit Fragen im Chat schreiben. Es gibt keine zu persönlichen Fragen oder indiskrete Fragen. Einfach reinschreiben und ich werde diese dann so schnell wie möglich beantworten oder Timo wird sie mir vorlesen. In diesem Sinne also einfach fragen, was euch am Herzen liegt. Zu meiner Person. Ich bin Neunschwanter, ich bin 37 jährig, ich arbeite seit rund zehn Jahren als Scrum Master und HL Coach. Habe vor einem Jahr meine zweite Ausbildung als Naturheilpraktikerin abgeschlossen. Ein Unternehmen mit mittlerweile sechs Angestellten rund um den Bereich Naturheilkunde, Coaching, Kosmetik und Schönheit eröffnet. Und bin jetzt auch in der Ausbildung zum systemischen Coach und Change Manager. Hierzu grüße ich meine Kollegen aus Köln von meiner Klasse im Speziellen. Und ja, wer mehr über mich oder meine Arbeit wissen möchte, findet das auch auf meiner Homepage rsbwndburgdorf.ch Das berühmte Leben 1.0 Das sind wir ungefähr im Sommer 2017 und es gab dazu eine Schlüsselszene, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar war ich damals ein frustrierter Projektleiter bei einer grossen Firma in der Schweiz und ich habe mich beklagt, dass ich keine grossen Projekte mehr bekommen würde. Und ein Kollege hat mir dann einen sehr bahnbrechenden Rat gegeben. Also wie gesagt, es war so ein Sommer 2017. Ich hatte kein Projekt. Ich wollte unbedingt ein neues Projekt. Ich suchte eine neue Herausforderung. Und die Herausforderung, die ich suchte da bei diesen Projekten, die hatte ungefähr folgende Eckwerte. Ich suchte ein komplexes Projekt, das eigentlich unlösbar ist, einen volatilen, laudischen Kunden, ein schwieriges politisches Umfeld. Ein Projekt, das das mögliche Status dunkelrot hat und schon ein paar vorher gescheitert sind. Und ja, am liebsten etwas, das man komplett neu aufstellen muss. Das waren also so die Eckwerte des Projekts, welches ich gesucht habe und in diesem Sinne monatelang bei meinem damaligen Arbeitgeber nicht bekommen habe. Ein lieber Kollege fand dann in einer Diskussion beim Mapro Spritz, er hätte dann eine Idee, wie ich diese Unzufriedenheit lösen könnte. Und er hätte da auch ein mögliches Projekt. Und ich war da sehr interessiert und neugierig und hatte gehofft, dass meine Lücke oder so meine Lethargie geändert, also beendet werden könnte. Und der liebe Kollege fand damals, ach schau doch mal in den Spiegel, vielleicht siehst du genau das, was du da suchst. Dieses vorhin geäusserte, komplexe, schwierige Projekt mit lautischen Kunden, wo eigentlich alles dunkelrot ist, schwierig und was man am liebsten neu aufstellen sollte. Wie ihr euch vorstellen könnt, war das ein ziemlich niederschmetterndes, aber auch prägendes Momentum, weil ich habe dann tatsächlich in den Spiegel geschaut und dieses mögliche Projekt mal geprüft. Und ich habe da festgestellt, ja stimmt, im Spiegel Werder vielleicht tatsächlich was, weil ich war frustriert, unzufrieden. Burnout nahe mit Hang zu Depressionen oder mindestens starker Frustration. 90% meines Lebens habe ich mit Arbeit verbracht. Ich war ein definitiv schwieriger Fall, hatte es sogar schriftlich vom HR bekommen. Ich war ungefähr 80 Kilo schwer, kurzatmig und kam kaum den Berg hoch. Ich trank öfters ein oder zwei Glas zu viel. Mein Konto war öfters leer. Ich hatte überhaupt keinen Plan, was ich denn eigentlich will, außer dieses komplexe, schwierige Projekt, was ich fieberhaft gesucht habe. Ich stand damals kurz vor der Freistellung, was ich damals aber nicht gewusst hatte. Und ich habe meine Familie und meine Freunde vernachlässigt. Ja, in diesem Sinne, das war der Vorschlag meines lieben Kollegen, über ein Projekt, welches doch ungefähr meinen vorher geäusserten Suchkriterien entsprach. Und ich hatte damals nicht im Empfehltesten damit gerechnet, dieses Projekt eigentlich im eigenen Badezimmerspiegel zu sehen. Und wie ihr aber seht, die Fakten oder auch die Übereinstimmung der Suchkriterien, was ich denn gerne für ein Projekt hätte, waren ziemlich niederschmetternd. Die Fakten sprachen akut gegen mich. Und da ich dann tatsächlich kein anderes Projekt gefunden habe, habe ich mich wohl oder übel und ganz ehrlich auch etwas im Ego geknickt entschlossen, das Problem oder das Projekt anzugehen, welches da im Spiegel sah. Wie gesagt, frustriert, Burnout nahe, übergewichtig, kurzatmig, dem Aperol Spritz nicht abgeneigt und entspricht somit definitiv meinem Projektwunsch, etwas, das man komplett neu aufstellen muss. Dass der Kunde schwierig ist, das wusste ich zum damaligen Zeitpunkt schon selber. Volatil, launisch war ebenfalls bekannt, also wusste ich, dass da wahrscheinlich ziemlich ein Brocken auf mich zukommt. Wie gesagt, nichtsdestotrotz habe ich mich im Sommer 2017 entschieden, diese Projektherausforderung anzunehmen, schlicht und ergreifend mangels Alternativen und weil die Fakten doch in einem ziemlich groben Ausmass gegen mich selber sprachen. Nun ja, wie geht man ein solches Projekt an? Das ist gar nicht so einfach, weil zum einen wusste ich, jetzt hast du dich ziemlich auf etwas eingelassen, aber es ist mir dann gelungen, in diesem Sinne mich selber, somit mein Ego, auch etwas aus diesem Spiel herauszunehmen und mich selber nur als Kunde, in diesem Sinne komplex, launisch, schwierig, Status dunkelrot und etwas, das man neu aufstellen muss, zu betrachten. Und so aus der Distanz ging es doch schon fast etwas einfacher. Ich habe mir dann begonnen, mir Gedanken zu machen, ja, wie würdest du denn ein solches Projekt angehen oder ein solches Vorhaben angehen? Das war nicht ganz einfach, aber nach etwas Nachdenken fand ich, hm, irgendwie ist es mit Projekten oder Vorhaben viel einfacher, als wenn es um einem selber geht. Nichtsdestotrotz sind wahrscheinlich ältliche Werkzeuge gefragt. Nach etwas Hadern mit mir selber, bin ich dann zu folgendem Schluss gekommen. Mein eigenes Leben ist wohl mein Produkt. Dummerweise scheine ich der Product Owner zu sein und bin somit auch vollständig accountable für das Ganze. Das war schon mal ein Aha-Erlebnis, welches mich etwas nachdenklich gemacht habe, weil ich glaube, dass ich bis zum damaligen Zeitpunkt meiner Product Owner Aufgabe für mein eigenes Leben nicht besonders gut und verantwortungsvoll wahrgenommen habe. Es gibt verschiedene Skrammassen in meinem Leben und mein Leben, das wie gesagt damals 90% aus Arbeit bestand, habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich muss das mal in verschiedene Features aufteilen, wie man das eigentlich in jedem vernünftigen Vorhaben normalerweise tut. Dann, ja, auch ein Daily könnte vielleicht nicht schaden, um herauszufinden, wo ich denn so stehe, wo wir anstehen und ob ich irgendwo nicht weiterkomme und ob es quasi Probleme gibt. Es könnte ja sein, dass ich irgendwo in meiner Arbeit mit mir selber den Fokus verliere und mich links oder rechts vor gewissen Aufgaben drücken wollte. Am Sonntagabend gab es dann bei mir persönlich zukünftig Retro-Review und Planning, weil ich wissen musste oder wissen wollte, ob ich das, was ich mir in dieser Woche vorgenommen habe, dann auch geschafft hätte. Wenn ich es nicht geschafft habe, wieso ich es nicht geschafft habe und auch einen Forecast für die nächste Woche zu machen. Meine persönliche Sprintlänge war somit eine Woche und am Sonntagabend habe ich versucht in den Spiegel zu schauen und festzustellen, wieso ich dann wieder an den Zielen vorbeigeschlittert bin. Die Ziele, wie gesagt, es gab Sprintziele auf Wochenbasis, Quartalsziele und 2020 gibt es auch ein grosses Ziel, welches ich Ende Jahr erfüllt haben möchte. Weiter ging es darum, wie ich denn das einigermassen vernünftig transparent mache, weil ich habe recht schnell gemerkt, ja gut, wenn du das nur so im Kopf hast, sind die Ausreden schnell erfunden, messen wird noch schwieriger und irgendwie muss es wahrscheinlich auch aufs Papier oder transparent gemacht werden. Somit stellten sich auch gewisse Toolfragen und Messpunkte, wo ich noch später darauf eingehe. So bin ich dann mit diesem Setup immer noch mässig motiviert in das Vorhaben gestartet, weil ich habe schon bereits beim Setup gemerkt, eigentlich zögere ich Product Owner meines Lebens zu sein, weil ich diese Verantwortung eigentlich gar nicht so recht übernehmen will und auch so mich Sonntag meinen eigenen Zielen zu stellen und mir zu überlegen, wieso ich sehr souverän daneben diese nicht erreicht habe. Die Begeisterung hielt sich in Grenzen. Verschiedene Sprints später stehe ich heute im Leben 2.0. Wie gesagt, dank verschiedenen Issues rund um Corona und persönlichen wahrscheinlich schon im 2.5. Ich bin selbstständig mit einer eigenen Firma. Ich habe sechs Angestellte im Stundenlohn. Ich mache mit dieser Firma einen Umsatz von gut 20.000 Franken. Tendenz steigend bis Corona kommt, da müssen wir wieder arbeiten, dass es auch wieder auf die Kurve kommt. Ich mache rund 60 Kilometer Sport pro Monat. Im März sind es sogar 80 geworden. Mein Übergewicht ist weit weg. Ich bin bei 69 Kilo. Ich ging wöchentlich zur Sauna und ins Bad. Und ich bin sehr glücklich mittlerweile eine sehr enge Beziehung zu Freunden und Familie zu haben. Und mittlerweile arbeite ich auch an einem grossen Jahresziel 2020, weil sich jetzt leider wahrscheinlich etwas verzögern möchte. Wie verzögern wird, weiss ich auch wegen Corona-Lockout bei mir, dass ein oder andere verändert hat. Wie ihr euch aber vorstellen könnt, war der Weg dahin nicht ganz einfach. Zum Beispiel, es gab Ziele, dass ich gerne ein paar Zentimeter Bauchumfang reduzieren möchte. Dieses Ziel Sport, Bauchumfang und Fett verlieren ist in manchen Sprints vorgekommen und Sonntag musste ich jeweils zum Messen antreten, weil der Sprint war ja fertig. Fazit, Messen ist fies und Transparenz kann ganz schön weh tun, gerade wenn es um solche Dinge geht, die Frau besonders nicht mag. Hier ist mir auch aufgefallen, alles was, wenn ich mich schon so schwer tue, irgendwas selber zu messen und transparent zu machen. Ich verlange es tagtäglich von meinen Teams, von meinen Therapiekunden, verlange ich genau die gleiche Offenheit. Und es war sehr spannend zu sehen, wie schwer man sich dann plötzlich tut, wenn man merkt, das Ziel geht nicht vorwärts oder es geht sogar in die falsche Richtung und oi oi oi, zum Schluss sollte man das Ganze auch noch transparent machen. Ebenfalls ich predige täglich oder zumindest regelmässig ein Work-in-Progress-Limit, bitte nicht zu viele Tasks aufs Mal. Neunschwander hat in den persönlichen Sprints regelmässig irgendwie zehn Tasks gleichzeitig abgearbeitet, wollte auf nichts verzichten und ist dabei regelmässig in die Falle gegangen, dass am Sonntagabend nichts fertig war. Fazit, Work-in-Progress-Limit ist doof, wenn es einem selbst betrifft. Trotzdem predige ich es häufig und immer noch in meinen Teams und auch mit meinen persönlichen Therapiekunden. Ein weiteres Fazit, Hilfe, es geht mir viel zu schnell. Wie ihr seht, der Change vom Problem übergewichtig, kurzatmig zum doch recht erfolgreichen Selbstständigen ging relativ schnell. Meine Lehrkurve war sehr, war sehr steil und zwischendurch kam ich emotional nicht mehr hinterher. Ein Gedanke, den wir vielleicht, wenn wir agile Teams oder agile Vorhaben coachen, auch gerne mal im Hinterkopf behalten möchten. Vielleicht geht es ja nicht nur uns selber so, sondern auch unseren Teams, unseren Coaches. Wieso sollten sie anders funktionieren als wir selber? Zumindest mein Verständnis ist seither sehr stark gewachsen, gerade auch bei Kunden in der Therapie und in Reorganisation und Changes, weil man kann ganz schön und schnell überfordert sein. Ein weiterer Punkt, der mir sehr schnell aufgefallen ist, ich mag nicht mehr, ich bin lernmüde. Mindestens zu Beginn habe ich Sonntag für Sonntag meine Sprintziele verpasst, das Fazit aus Retro war niederschmetternd, weil ich an den Zielen vorbeigeschlittert bin, mich so oft die Ziele nicht erreicht habe und die Gründe regelmässig in meiner Faulheit oder in meinem fehlenden Fokus zu suchen war. Und Sonntag für Sonntag musste ich mir eingestehen, dass ich noch sehr viel lernen müsste oder dürfte, damit ich hier auf Kurs kam. Und manchmal, ganz ehrlich, mag man nicht mehr lernen. Oder vielleicht auch mal eine Woche Lernpause haben. Es könnte aber auch sein, dass es Themen gibt, mit denen man sich schwer tut, aus persönlichen oder inhaltlichen Gründen und die zwar vielleicht offensichtlich sind, aber trotzdem etwas mehr Zeit brauchen. Nun ja, ein Gedanke, den ich dann an so manche Retro mitgenommen habe, weil wahrscheinlich könnte es auch mit meinem Team so gehen, dass gewisse Dinge ihnen einfach zu schnell gehen und dass sie lernmüde sind und dass sie nicht an jedem Sprintende gewisse Themen kommen müssen. Ein weiteres Aha-Erlebnis, welches mich sehr geprägt hat. Dann eine Frage kurz von Simone. Simone Meier, deine Frage ist sehr gut. Ich habe mich sehr oft sehr selbst boykottiert und bin mir selber im Weg gestanden, regelmässig. Regelmässig muss ich am Sonntag feststellen, dass es genau einen Grund gibt, warum ich meine Ziele nicht erreicht habe, nämlich meine Selbstsabotage, Glaubenssätze, Faulheit, eine gewisse Hemmschwelle Themen anzugehen. Und das ist regelmässig ein Outcome aus meiner persönlichen Retro gewesen. Und der Outcome aus der Retro muss man zuerst setzen lassen und sich dann mit sich selber in sich gehen, was man denn dagegen tun möchte und könnte. Also was hilft dagegen? Die Konfrontation mit dieser Tatsache. Und ein bewusstes in sich gehen? Gerne, Simone. Auch wenn die Antwort wahrscheinlich wenig motivierend war, aber ist leider so oder war leider so. Ich warte noch kurz auf eine weitere Frage oder einen Text. Frage von Silvio Gordi, wie ich die Lernmütigkeit überwunden habe und bei den Teams darauf eingehe. Das ist eine sehr gute Frage. Also als erstes habe ich mich schwer getan zu akzeptieren, dass ich lernmüde bin, weil ich bin ein Generlehrer, ein Schnelllehrer und ich habe hohe Ansprüche an mich selber. Und als ich das zum ersten Mal quasi in meiner persönlichen Retro gesehen habe, habe ich gedacht, ach jetzt bist du ein Weichei, stell dich nicht so an. Und das wirst du doch jetzt wohl auch noch auf die Reihe kriegen, das gerade zu bieten. Ich musste dann, also ich habe das noch etwas weiter für mich reflektiert und musste dann auch feststellen, dass ich auch mal lernmüde sein darf. Und wenn ich mich bewusst entscheide, dies vielleicht eine Woche zu verschieben, dass das auch okay ist. So lange mein Entscheid bewusst passiert. Und in diesem Sinne, wenn die Teams heute solche Situationen haben, ich akzeptiere nicht, dass man das einfach auf den Sankt-Libberleits-Tag verschiebt. Aber ich akzeptiere mit den Teams, wenn sie sagen, es ist ein Thema, das heute nicht passt und wir möchten nicht und wir sind themenmüde, dass wir das vielleicht eine Retro oder eine Woche verschieben und dann wieder auf den Punkt bringen. Mir ist die Ehrlichkeit der Teams, die Transparenz des Teams und auch die Reflexion des Teams wichtiger, als das vielleicht eine Woche vor oder nachher abgearbeitet ist. Silvio Gordicke ist die Frage so für dich. Gut, danke vielmals. Dann eine nächste Frage. Warum hast du am Sonntagabend gewählt für die Retro? Ich würde empfehlen, Samstag und Sonntag nichts zu machen? Aha. Ich persönlich arbeite, also arbeite. Ich mache eine Wochenplanung unabhängig von privat oder geschäftlichem Zweck. Immer am Sonntagabend, weil ich es schätze, am Montag nicht in diesem Sinne von null aufstarten zu müssen. Das ist aber eine persönliche Vorliebe von mir selber und entsprechend mache ich das gerne Sonntagabend etwa ab 20 Uhr. Aber ich denke, diesen Zeitpunkt muss jeder für sich herausfinden, was da passt oder nicht. Gut, dann würde ich sonst mal weitergehen. Wenn Fragen sind, einfach rein chatten. Ich sehe sie meistens relativ schnell. Wie gesagt, die Lernmütigkeit war recht ausgeprägt. Und zum nächsten Punkt ganz wichtig, ich brauche einen Schuldigen. Ich habe dann weiter regelmässig festgestellt, wie gesagt, Ziele nicht erreicht, Sport nicht gemacht oder andere Dinge nicht besucht. Und die Gründe waren da vielfältig. Überstunden auf Arbeit oder ein spontaner Besuch zu Hause. Und Ausreden habe ich eigentlich sehr viele gefunden. Ich musste dann aber feststellen, dass ich selber ja diese Entscheidungen gefällt habe. Den Besuch anzunehmen, Überstunden zu machen und mich nicht um meine Ziele zu kümmern, auf dem Sofa liegen zu bleiben und nicht zum Sport zu gehen, habe auch ich entschieden. Und das ist ganz schön doof. Ich habe dann auch gedacht, ja, ich habe ja mich noch mit Kollegen via Zoom unterhalten, Socializing betrieben. Es war ja alles nicht so schlimm und die netten Kollegen haben ja auch angerufen. Ich war fasziniert, wie viel Kraft und Aufwand und auch Fantasie ich habe, einen Schuldigen zu finden, wieso ich selber mich entschieden habe, meine Ziele nicht zu priorisieren. Auch da, wenn ich selber so viel Elam Motivation und Fantasien die Suche einer Schuldigen stecke, könnte es ja sein, dass mein Team etwas Ähnliches tut. Geht gerade nahtlos über zum nächsten Punkt, bei anderen macht das viel mehr Spass. Also Messen, Transparenz finde ich immer noch gut. Meinen eigenen Bauchumfang zu messen und das Failure noch transparent zu machen, ist hingegen ziemlich doof. Noch immer sage ich ja, Work-in-Progress-Limiten machen Sinn. Ich verstosse immer noch regelmässig dagegen. Schuldige, wenn mein Team Schuldige im Mausen sucht, interveniere ich regelmässig und finde, haben wir es auch selber in den Händen und Kollegen. Wie gesagt, eine wesentliche Erkenntnis bei anderen macht das viel mehr Spass als bei mir selber. Und dann, last but not least, musste ich nach all diesen Dingen feststellen, ich verhalte mich mir selber im privaten Umfeld, aber auch in meinen Geschäften komplett anders als jeden Tag bei meiner Arbeit als Scrum Master, Agile Coach oder auch Therapeut. Ich predige Messen, Transparenz, Work-in-Progress-Limit. Ich halte Retros in hoher Kadenz ab. Ich interveniere, wenn mein Team Schuldige sucht. Selber musste ich aber feststellen, hm, eigentlich will ich meinen Bauchanfang nicht messen. Work-in-Progress-Limit ist doof, weil ich habe Angst, etwas zu verpassen. Es geht mir viel zu schnell und ich bin lernmüde, also setze ich mich aufs Sofa. Dabei suche ich einen Schuldigen und finde einen Schuldigen. Und eigentlich fühle ich mich gar nicht so schlecht dabei. Nichtsdestotrotz, oder erst recht, musste ich mich erkennen, ich verhalte mich komplett anders. Etwas überspitzt gesagt, ich predige Wasser, trinke aber in meinem privaten Umfeld und im Umgang mit mir selber regelmässig Wein. Der Outcome aus diesem Ergebnis oder auch aus diesem Prozess. Der Outcome aus diesem Ergebnis, den sehr vielen, zum Teil äusserst schmerzhaften oder unangenehmen Aha-Erlebnissen, ist nun Privatpersonen, die ich in meiner Praxis begleite, sei es im Coaching, aber auch in der Therapie, profitieren neben agilen Teams ebenfalls von diesen Erkenntnissen. Ich arbeite mit Personen, die in Lebenskrisen stecken, nun auch in Sprints, die Personen veranstalten ihr persönliche Retro und wir schauen, weshalb und wieso wir potenziell vom Plan abgewichen sind. Sei es, um Lebenskrisen zu überwinden, Rückenschmerzen loszuwerden, keine Migräne mehr zu haben oder auch etwas Gewicht zu verlieren. Diese Personen haben meist keine Ahnung, was ein agiles Vorhaben ist, die wissen nicht, dass es agile Organisationen gibt und auch was Sprints oder Retros sind, ist ihnen eigentlich ziemlich egal. Fazit ist jedoch, die Personen kommen gut voran. Es sind Personen, die zum Teil jahrelang in persönlich extrem schweren Lebenssituationen stecken. Es gelingen Neuorientierungen, Auswege aus Krisen und wie es kürzlich eine meiner Patientinnen gesagt hat, das Agile-Zug macht irgendwie noch Sinn. Nebenbei ist es natürlich für mich auch sehr wichtig und wichtig gewesen, am eigenen Leib und Geist zu erfahren, wie es sich denn anfühlt, diese Werte, Transparenz, Lernfähigkeit, Anpassungsfähigkeit zu erleben. Weil ich habe seither, wie gesagt, viel mehr Verständnis für Reaktionen meiner Teams, von Gruppen, wo ich vielleicht nicht nur offene Türen einrenne. Und es gelingt mir, meine Massnahmen besser zu platzieren. Ich habe eine höhere Akzeptanz meiner Vorschläge, weil ich mich wohl jetzt etwas besser in all die Teams, Teammitglieder oder auch Einzelpersonen einfühlen kann, die tagtäglich mit unseren agilen Methoden konfrontiert werden. Das wäre es in diesem Sinne jetzt auch schon von meiner Seite für den Moment gewesen. Wenn ihr Fragen habt, oder so wäre ich froh und dankbar, wenn ihr diese in den Chat schreibt. Und wir sind jetzt nämlich etwas schneller durchgegangen oder vorwärtsgekommen, als ich mir gedacht habe. Aber in diesem Sinne für Fragen oder auch Rückfragen zu den einzelnen Punkten, weil es vielleicht schnell oder zu schnell gegangen ist, sehr gerne. Ja, dann soweit herzlichen Dank. Ich glaube, jetzt hört man mich, oder? Ja, ja. Ja, herzlichen Dank für diesen inspirierenden Vortrag. Das ist ja wirklich super spannend und schön zu hören. Und ich bin auch ganz gespannt, was jetzt an Fragen noch kommt. Wir haben bestimmt noch etwas Zeit. Die Frage, hast du die Sprints schriftlich festgehalten und mit Tasks geplant? Ja, habe ich zuerst mit Post-it. Dann habe ich aber gemerkt, aus den Augen, aus dem Sinn, wenn ich dann nicht zu Hause bin, ignoriere oder vergesse ich gerne, was ich mir dann vorgenommen habe. Und somit wurden die Tasks in eine Wanderliste geschrieben. Und somit konnte ich am Sonntag auch sehr transparent feststellen, was dann geklappt hat und was nicht. Und ich habe es auch jederzeit auf meinem Mobile dabei gehabt und konnte mich nicht so einfach davor drücken. In Wanderliste ist auch mein Backlog von Tasks, welches ich jeweils am Sonntag geschaut habe, welche ich dann rauspicke. Aufgrund meiner Zeit, meiner Schwerpunkte und auch meiner Agenda der Folgewoche. Ich möchte die Frage noch etwas ausweiten. Weil es geht ja nicht nur um die Rollenkonflikte, sondern auch noch um die Stakeholder. Weil das sind noch Kunden, Lebenspartner, Familie, Eltern und so weiter, die auch noch etwas von einem wünschen. Und auch in diesem Sinne sich als Teil mindestens des Teams sehen. Ein Rollenkonflikt zwischen P und Scrum Master, ich habe die Scrum Master-Rolle nie so ganz geschärft. Somit gab es da auch keine Konflikte oder mindestens keine für mich wahrnehmbaren. Aber ich habe mich sehr bewusst überlegt, wie viel Zeit oder Prioritäten gebe ich gewissen, nennen wir es Teammitgliedern oder Stakeholder. Im Sinne, wie viel Zeit möchte ich mit meinem Freund verbringen, wie oft rufe ich meine Eltern an, ist mein Bruder wichtig, ja, nein. Sind andere Personen aus meinem Umfeld wichtig, die ich prioritär behandeln möchte? Und es gibt somit eine Liste von sogenannten wertvollen und wichtigen Personen, die ich auch notiert habe, die ich regelmässig kontaktiere, hege oder pflege, weil in operativen Hektik, wir alle haben viel zu tun, ich gemerkt habe, dass ich sehr viele Personen, die mir wichtig sind, also quasi mein Team, vernachlässigt habe. Gewaltentrennung hat somit nicht selber funktioniert, aber mindestens das Team war definiert und der PO hat sich Gedanken gemacht, wie viel Energie oder Priorität in welcher Teammitglieder zu investieren sind. Bevor wir weitergehen, Simon hatte noch eine Frage vor Pit, damit die nicht untergeht. Welche deiner Aktivitäten hast du schon im Leben 1.0 ausgeübt und was ist neu dazu gekommen? Im Leben 1.0 war ich in Scrum Master ähnlichen Funktionen, aber ich habe eher eine Projektleitungsfunktion ausgeübt und nicht nur eine Scrum Master Funktion. Und ich war in Ausbildung zum Heilpraktiker, sonst eigentlich nichts. Also weder habe ich viel Sport gemacht, noch habe ich regelmässig Yoga gemacht, noch habe ich konzentriert als Scrum Master und Coach gearbeitet. Ich war, wie gesagt, maximal in der Ausbildung als Heilpraktiker. Simon, passt das so? Dann die Frage von Pit sollte auch beantwortet sein. Dann Alina, ob ich das transparent gemacht habe. Transparenz ist dann vor allem bei anderen cool. Ich muss zugeben, dass ich diese Aktivitäten über ein halbes Jahr vor meiner Familie und auch vor meinem Freund verschwiegen habe und mich erst dann getraut habe, dies transparent zu machen. Ich habe diese Transparenz ausschliesslich mit sehr guten Freundinnen und einem sehr guten Freund geteilt, habe mich aber zu Beginn weder getraut, dies mit Familie und Freund zu teilen. Auch eine spannende Erkenntnis zum Thema Transparenz übrigens. Mittlerweile tue ich das, es hängt bei mir in der Wortstube für alle einsichtlich an der Wand. Hatte dein Glauben Weltanschauung einen Einfluss? Eine sehr gute Frage stellt Oliver Burghalter. Mein Glauben oder meine Weltanschauung hatte vor allem einen grossen Einfluss, hat einen sehr grossen Einfluss und wie ich geschrieben habe, ich galt, ich hatte es ja sogar schriftlich, als Problem behaftet und ein sogenannter schwieriger Fall. Und weil ich das zum einen geglaubt hatte und somit die Welt zum damaligen Zeitpunkt für mich auch eher böse war, war meine generelle Weltanschauung oder auch meine Einstellung im Leben 1.0 eher negativ. Und ich habe häufig in den Retros gemerkt, dass ich nicht vorwärts komme, weil irgendein Glaubenssatz im Sinne von «Alle Manager meinen es böse mit mir» oder irgend sowas mir im Weg steht, dass ich musste haufenweise Glaubenssätze, Wertvorstellungen über den Haufen kippen, damit ich überhaupt im Leben 2.0 angekommen bin. Der Mindset-Change ist gewaltig. Die Personen, die mich quasi aus dem alten Leben kennen, können das bestätigen. Und ich selber erkenne mich eigentlich gar nicht wieder. Also ich habe vorher nie mehr in Probleme, Scheitern und Negativität gedacht, währenddessen mein Himmel heute eigentlich fast nur noch voller Geigen und Chancen hängt. Also die Weltanschauung hat sich damit eigentlich auch total verändert. Eine sehr gute Frage stellt auch Andreas rein. Also ich persönlich habe, ich hatte eine Differenz zwischen Beruf und Privatleben im Sinne von Wasser predigen und Wein trinken. Und auch zwischen mir und anderen, weil beispielsweise in Therapiesitzungen habe ich ja mindestens unbewusst von meinen Kunden erwartet, dass sie ihre ganzen Probleme wirklich auch transparent auf den Tisch legen, damit ich sinnvolle Therapiestrategien machen kann. Ist aber, wenn man da plötzlich selber vielleicht über psychische Themen, Beziehungsthemen oder auch andere heiklen Dinge sprechen sollte, habe ich gemerkt, dass das ziemlich schwer sein kann. Und ich wahrscheinlich in umgekehrten Rollen, also wenn ich zum Coach oder Naturheilpraktiker gehe, auch nicht alles auf den Tisch legen würde. Und zum einen habe ich somit ein besseres Verständnis für meine Kunden. Zum anderen habe ich immer gesagt, alles, was ich von meinen Kunden erwarte, erwarte ich ab jetzt auch von mir selber. Und es ist mir recht schwer gefallen, diese Hürde zu nehmen, um eben auch vor allem transparent und offen über gewisse Themen sprechen zu können. Also der Wasserprädigung und Weintrinkgraben zwischen mir und anderen war ebenfalls recht gross. Und interessanterweise auch unbewusst zu Beginn. Es ist mir erst in der direkten Konfrontation mit mir selber aufgefallen. Vorher habe ich das sehr erfolgreich verdrängt. Damit bist du sozusagen dein eigener Coach geworden, oder? Ja. Hast du auch externe Unterstützung? Externe Coaching? Nicht in diesem Sinne offizielles Coaching, dass ich jemanden beauftragt hätte, aber ich habe das Glück, in meinem näheren Umfeld sehr viele gewisse Personen mit Coaching oder Führungshintergrund zu haben, die die mich sehr gut begleitet haben und denen ich auch sehr vertraue. Und denen es auch immer gelungen ist, in gewissen Situationen die richtigen Punkte zu drücken, auch wenn ich sie dafür nicht immer geliebt habe. Gehört dazu auch der Kollege, der ganz am Anfang dir den Hinweis gegeben hat, doch vielleicht mal im Spiegel nach einem tollen neuen Projekt zu suchen? Nein, der weiss noch heute nichts von dem, was er hier angerichtet hat. Was? Skandal. Nein, in diesem Sinne, zu dieser Person habe ich leider keinen Kontakt mehr und nichtsdestotrotz bin ich sehr dankbar. Wenn du einen Chat-Sheet, welche sind die wichtigsten drei bis fünf Learnings? Oh, guter Punkt, einen Chat-Sheet machen. Gute Frage, es soll ja gehen. Ich werde eines erstellen, das ist ein guter Punkt, danke für den Input. Ich glaube, das wesentlichste Learning war oder am meisten gebracht hat mir, dass ich von meinen Kunden, egal ob in Therapie, Coaching oder von einem agilen Team, dass ich alles, was ich von diesen Stellen erwarte, auch selber vorleben sollte, tun sollte oder auch bewusst machen sollte. Und ich habe gemerkt, dass ich das bei weitem nicht bin oder war und die Zusammenarbeit in jeder Form hat sich merklich verbessert oder ich bin erfolgreicher geworden, seit ich sage alles, was ich den ganzen Tag möchte, einfordere, sollte ich auch selber vorleben. Und das gibt eine gewisse Augenhöhe und Nähe, die sehr, sehr, sehr hilfreich war. Und ich werde das Chat-Sheet zur Verfügung stellen, wenn ich es geschrieben habe. Oliver Burck hat ein sehr guter Punkt. Ich habe es zu Beginn, als ich gestartet war, hatte ich noch einen recht projektlastigen Hintergrund, auch von meiner Aufgabe. Nun ja, aber gerade im Leben, im eigenen, aber auch sonst sieht es ja aus, wie wir nie ausgelernt hätten und auch die Verantwortung über unser Leben können wir schlecht abgeben und somit wird das ein ewiger Prozess sein. Das ist absolut so. Amen. Amen. Vielen Dank. Ich habe mich selbstständig gemacht. Da gab es zweierlei Dinge. Also die Praxis für Naturheilkunde, das liegt quasi in der Natur der Sache. Damit, dass man sich da grosser Motto selbstständig bewegt. Zur Selbstständigkeit als Coach bin ich wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich habe vorhin erwähnt, ich wurde damals dann freigestellt. Ich habe sieben Monate nicht gearbeitet. Ich habe diese Zeit aber genutzt, mehr oder weniger freiwillig, um herauszufinden, was mir wichtig ist und was nicht. Weil vorher habe ich ja nur gearbeitet und nie reflektiert. Und da ist auch der Gedanke oder der Punkt prominent geworden, dass ich gerne mehr Freiraum und Gestaltungsspielraum hätte. Ich bin dann in einem Zufall oder Fügung des Glücks, habe ich eine Aufgabe oder ein Mandat als Freelancer gefunden und bin somit quasi über Nacht vom Arbeitslosen zum selbstständigen Freelancer mutiert. Und habe das Glück, dies auch heute zu tun. Also eine Mischung. Wie ist es dazu gekommen, dass ich mich selbstständig gemacht habe? Einerseits lag es in der Natur der Sache vom Heilpraktiker. Aber auch die glückliche Fügung, Zufall oder wie es wir auch immer nennen wollen, dass ich nach sieben Monaten Freistellung wusste, dass ich anders arbeiten möchte und eine sehr passende Aufgabe mich gefunden habe oder auch ich sie gefunden habe. Vielen Dank. Vielen Dank. Damit kommen wir langsam so Richtung Ende der Timebox, würde ich sagen. Gibt es noch eine allerletzte Frage? Ansonsten ganz herzlichen Dank für diese tollen Einblicke. Es war wirklich höchst spannend und inspirierend. Vielleicht müssten wir mal mit sich selbst ein wenig strenger ins Gericht gehen. Aber morgen dann. Simon hört mich nicht. Hören andere mich? Okay, also man kann mich hören. Danke, David. Dann ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns in diesem oder in einem ähnlichen Rahmen wieder. In fünf Wochen geplant ist ein Vortrag von Homegate, wie Homegate den Weg zur Agilität sucht und findet. Und wenn jemand von euch Geschichten zu erzählen hat, aus der eigenen Erfahrung oder Arbeitswelt oder Lebenswelt, sind, dann bitte meldet euch jederzeit, wendet euch an jemanden von uns hier vom Organisationsteam und dann können wir schauen, ob wir euren Vortrag irgendwie auch mal in so einem Rahmen präsentieren können. Dann schließen wir hiermit ab. Sabine, berühmte letzte Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat mega Spass gemacht, auch dieses Mal. Und hoffentlich bis demnächst. Es würde mich freuen, euch wieder zu lesen, zu hören. Und bis bald. Vielen Dank an alle.